Feinriff in Gefahr. Da da da. Was sollst du da bestellen? Noch gar nichts. Ich versuch in die Zugezahl in meinen Zehner zu fallen, solange es zu mir setzt. Das darf man ja nicht. Wenn es abgenommen und zertreten kriegst du auf dem Bote, dann merkst du es. Okay. Steht es? Wo ist unser nächste Auftritt? Wann? Na jetzt? Im Togging, oder? Jetzt? Ja, wir spielen jetzt hier. So, die bleiben stehen, oder? Das ist weg. Guck mal, was die da für Gestalten einlösen. Lang, hoher Leder, Jahrzehnte und so. Ein paar lange Zeiten bringen. Das dauert nämlich. Das heißt Fast Food. Ja, das ist schnell. Fast Food. Fast Food ist eine ganz neue Bedeutung. Fast Food ist Fast Essen. Fast Food. Du, der Christoph ist schon verhungert. Ich? Ja. Mit dir redet doch keiner. Du bist schon der Neue. Nein, mit dir redet keine. Du bist hier draufgehe, ja? Wie kommt? Wer hat dich mitgenommen? Ja, ich habe da Musik gehört. Dann habe ich gedacht. Schau, ich hab da. Also mit Ihnen habe ich schon wirklich Trink gehabt. Man weiß ja dann nie, was man trinkt. Aber mit Ihnen habe ich schon wirklich Trink gehabt. Ich schneide es, damit es meine Mama sieht. Schmeiß mich raus. Ja, wir haben jetzt ein neues Programm gemacht. Kurz vor dem Auftritt machen wir nochmal Wellness. Wir achten dabei besonders auf frische Zutaten. Vitaminreiche. Ballaststoffe. 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 Und? Wir haben alle nur Light Getränke genommen. Wegen der Kalorien, sonst hat man so Fett. Ja, da muss ich schon einen Schritt zurück gehen. Moment. Moment. Damit du das im Breitbild 16 zu 2 triffst. Das hat nur Kalorien. Was macht eine Kraft? Zahlt, oder? Sag mal. Ja, ich habe gesagt. Christoph mit Essen spielt man nicht. Und was macht er? Aber das ist alles die Erziehung von der Jacqueline daheim, dass die das alles durchgehen. Alles. Das ist eine Nummer am Tisch, ne? Die ist da. Ja. Ja. So. Gut, jetzt aufhören zu viel. Ich muss jetzt mal ein knusprisches Brötchen genießen. Kannst du das mal fröhnen? Nein, dann. Okay.